Hallo, ich bin da. Hallo, ich bin da. Hallo, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wuuuuh! 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 Gute Nacht. Krima! Du kannst auch rein, gell? Du bist da. Wuuuh! 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 So, passt auf, dann gehen alle Mädchen zurück. So, die ABA hat noch gar nicht frei rein bei euch. Atom! Hinterher, aufs jetzt richtig rum, Kollege. Richtig rum. Wie sieht's aus, geht's mal auf dein Platz. Höh mal, ich bin nicht. Komm, jetzt mach mal nochmal. Ja. Wuuuh! Wuuuh! So muss sein Dicker. Pass auf, kommt ihr, Wuuuh! Wahoo! Wuuuh! 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 Hey, aber kommt die Kuppe. Hey, nicht abstellen auf meinem Hut, Junge. Du sollst die Kuppe nehmen. Komm jetzt. Ich meine, es ist alles schwer, wenn die Formule so hochstehen. Komm, jetzt gib Gartier. Diese Flotte. Die andere Seite auch noch. Und schon wieder hier. Hallo. Komm. Hier die Flotte. Komm her, geht's noch weiter, Junge. Ist auch schön, ne? Hier der Arthus ist eigentlich schon lange durch die Kuppe. Der hat das aber nicht gemerkt. Jetzt muss man das immer wieder machen. Arthus, jetzt heg mal die Flotte hoch. So, die andere Seite auch noch. Die Seite. Da ist schon wieder getrennt. Hallo. Jetzt nimm die Handbremse. Komm. 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 Einmal. Aha. Geht doch. Nochmal. Komm. Komm. Jetzt irgendwann בד. So. Jetzt komm. Hier. Ihr solltet ding. Ja, komm, du sollst du jetzt hoch? Du gehst über den Basen. Ja, das war schon rein, also das. Jetzt ist keiner mehr in den Basen. Also fisch, das sind die wenigstrasse. Welche Strafe finden, aber es ist absolut ignorant. Es ist super hoch. So, dann kommen wir kurz zu den Bällen. Viele Leute glauben, alle Seelöwen würden gerne im Ball spielen. Der Grundgedanke ist gar nicht so verkehrt. Die meisten spielen heute schon lange. Es gibt allerdings Seelöwen, die Angst haben vor so einem Ball. Oder die möchten dann einfach nicht spielen. Wir bei uns, wir schauen nach, was die vier gerne mögen. Für welche Übungen, die sich eignen. Noch lange nicht jedes Ziel will gerne im Handstand lernen. Oder den Ball spielen. Wir schauen nach, wir halten mal so um den Wind. Was passiert? Die Nase geht zum Ball. Wunderbar. Hier kommt die Nase an den Ball. Wenn die volle Ball abhaut, wird sie bei uns niemals Ball spielen lernen. Das machen wir nicht. Wir machen nur Positivreden. Das heißt, die Stärken des Spiels werden gefördert. Und keiner wird sowas getrunken. Du darfst spielen, aufpassen. Das ist ein Mal in der Hand. Großartig. Komm mal her. Ja. Wir wollen den Meer her. Komm. Komm, auf, auf. Schleller. 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 Komm, nochmal. Komm, nochmal. Komm, nochmal. Komm, nochmal. Komm, nochmal. Schulfall, hat das gemacht. Fußball, geht auch noch. Ja. Zielen. Mehr Bauchballen als Fußball, aber immerhin, Maike. Holli, die Schreinballen. Was ist, Maike? Super. Nochmal. So, ein bisschen höher, Mädels. Super, bleib mal stehen, aber mal gucken. Ja, aber hier.